let's go so bitcoin just got awesome das stimmt ja ist echt ein gutes upgrade finde ich auch bitcoin got a huge upgrade and this is massive because fun snapple fact of the day it's almost impossible to upgrade bitcoin the last time that bitcoin got an upgrade was in august of 2017 dadurch dass halt so viel es muss halt quasi jeder mitmachen es ist ein riesen riesen act und es muss jeder mitmachen und das ist halt auch das gute denn nicht jedes update ist gut werden windows user vielleicht wissen oder mac user übrigens auch werden gern mal funktionalitäten gestrichen nicht jedes update ist gut und von daher ist es gut dass es so lange dauert meiner meinung nach so almost four years ago and this is because bitcoin has five pillars of decentralization which means five different groups of people have to come together and agree to something and that's the miners the developers the nodes the users and the businesses so in today's video i wanted to talk about money because it's going to get really nerdy when you put on my glasses hi my name is andre jick hope you do it was hat der denn für eine uhr krass ist das so eine jacobs oder wie auch immer die das heißt habe ich schon mal gesehen auf instagram jacob and co passt nicht 200.000 euro crazy this is andre jick hope you're doing well come for the finance and stay for the nerdistry was my keyboard of a man in braw christic and the first thing you might be wondering is hold on a minute andre how is it that bitcoin can upgrade doesn't it defeat the whole purpose of having bitcoin if there's some developer out there who can upgrade their wallet and give themselves an infinite amount of bitcoin oh is that a bitcoin i see yeah print some bitcoin for me you can't technically code more bitcoin for yourself and put it into your wallet also so was would zum beispiel natürlich nicht gehen wenn man zum beispiel sagen würde also rein theoretisch könnte es mehr als 21 million bitcoin geben wenn alle beteiligten am netzwerk sich dafür aussprechen würden und sagen zu 21 millionen reicht uns nicht wir updaten den den bitcoin und sagen es werden jetzt keine ahnung 42 millionen ja und dann wird lustig weiter gemeint dieses update kann es nur geben wenn wie gesagt der großteil zustimmt also 50 prozent zustimmen und natürlich haben die note betreiber auch noch ihr mitspracherecht so if some group of developers decided to magically upgrade their wallet it wouldn't really be passed by the other miners and the reverse is true if some miner decided to make more bitcoin for himself then the other miners and the other developers and nodes and users and businesses would signal that that's not a change they would agree to and it would never happen so bitcoin is a lot less like computer software and if anything it's more like the us congress where no one agrees to anything and nothing ever gets done there's three main upgrades that are in taproot and one of those upgrades is an upgrade to privacy and this is really big yes das stimmt also mit taproot kannst du also könntest du quasi viel einfacher dich quasi in so einen pool von transaktionen mit quasi mit anschließen und dann könnte nicht nachverfolgt werden wo dein geld quasi hingeschickt wird und welch was wohin ist das bedeutet es gibt viel viel mehr privatsphäre und deswegen also das ist meiner meinung nach der größte der größte vorteil von dieser taproot sache natürlich kann es auch wenn ich mich ganz ihre transaktion effizienter gestalten so dass die dass die fies runtergehen aber das werden wir gleich noch sehen for the longest time people that were using bitcoin thought that they could just pay for things completely privately and anonymously and just disappear but the reality is bitcoin is pseudo anonymous which means pseudonym genau bitcoin ist pseudonym das heißt ihr könnt nachvollziehen über die wallet-adresse wenn ihr euch zum beispiel aus unserem bitcoin verwahren video anschaut wo wir den ledger aufgesetzt haben könnt ihr euch genau die transaktionen anschauen die damit getätigt wurden ja dafür gibt es block explorer blockchain explorer und solche dinge und deswegen sobald euch jemand irgendwie den bitcoin schickt oder sowas könnt ihr habt ihr dem seinen oder einen seiner public keys oder zumindest seine wallet-adressen und könnt dann nachvollziehen was dort sonst noch für transaktionen stattgefunden haben natürlich also es werden regelmäßig neue public keys produziert das heißt so leicht ist es nicht aber ist man kann schon relativ viel zurückverfolgen was sich damit taproot ändern wird this is how the government was able to follow the money and trace it from dark side and was able to eventually confiscated so if you're wondering to yourself well why does that even matter andre i just huddle bitcoin i'll spend it and on a criminal i don't care about privacy das ist auch nochmal so ein wichtiger punkt den ich da ergänzen würde das stimmt auf der einen seite was er natürlich sagt ich habe auch nichts zu verstecken und trotzdem ist mir privacy extrem wichtig weil privacy für das gesamte für das gesamte netzwerk wichtig ist weil wenn es nicht mehr privat ist also wenn es keine privacy mehr gibt dann kann auch diskriminiert werden und gewisse transaktionen nicht durchgelassen werden also es kann diskriminiert und zensiert werden und dass das geht nicht mehr wenn du keinen wenn du transaktion nicht mehr nachverfolgen kannst und sagst transaktionen aus einem land xy machen wir gar nicht mehr oder aus einer gewissen gruppe von leuten oder was auch immer because right now there are other cryptocurrencies with several billion dollars in market cap size that focus on one specific feature and one of those features is privacy a good example is monero which has a market cap of over four billion dollars that's really big because right now if you want to get somebody to buy those stickers or buy money or send bitcoin to someone privately and secretly you have to use something called coin mixing and coin shuffling which is just a fancy way of splitting up your one bitcoin transaction into many smaller ones that then get mixed in and shuffled around with all the other transactions now this makes it hard to follow the money but eventually you can reverse engineer it and piece together the puzzle and see where that money came from ja ein weiteres problem ist so bitcoin also es gibt solche bitcoin mixer da überweist ihr eure bitcoin hin kriegt dann wieder was zurück überwiesen in ganz vielen kleinen transaktionen so dass man nicht mehr nachvollziehen kann wer wem was geschickt hat und genau dadurch nennt man so ein bit das nennt man bitcoin mixer wer ich vorsichtig damit ich habe auch mit roman darüber gesprochen und er meinte auch wer ich auch sehr vorsichtig würde ich nicht nutzen denn man kann sehen dass deine bitcoins gemixt wurden denn du kriegst ja von ganz vielen kleinen adressen wieder zurück und deswegen würde ich sowas nicht benutzen denn man weiß dass ihr einen mixer benutzt habt und dass es da was zu verstecken gibt und irgendwann sind vielleicht mal unsere steuerbehörden oder fahndungsbehörden oder wer auch immer so schlau rauszufinden welche welche wallets gemixt haben und dann werden sie euch besonders auf die aus die finger schauen können rein theoretisch von daher solche dinge würde ich würde ich nicht unbedingt machen und es wird sich vielleicht doch einige börsen geben die die solche bitcoins die vorher gemixt wurden nicht annehmen and that's why bitcoin is not 100% private and anonymous so a good way of thinking about this is like if i was some random dude on youtube trying to show you an annoying card trick my goal would be to control your card without you knowing about it right but the problem is if i'm shuffling cards like this you'd get very suspicious right what's the matter everything's totally normal i'm not controlling your card it's totally in the middle of the deck i don't know where your card is you'd be like yeah everything is totally normal with the taproot upgrade though you'd have no way of knowing that these shuffling techniques are even happening in the first place and yes there's a magic trick analogy here too because this video is one giant magic special but if this bitcoin transaction represented a single output where it looks as though it was going into one place the reality is it's not actually in the middle the shuffling has already happened because that card is now on top that's basically the taproot upgrade okay so this next upgrade is called schnor signatures okay this upgrade allows the first upgrade to happen but it also has a few tricks up its own sleeve so the next few minutes of this video is going to get ridiculously complicated so i don't blame you if you fall asleep but when satoshi nakamoto created bitcoin he designed it with something called the elliptic curve digital signature algorithm in mind or the ecdsa so if you ever wondered how is it that i can send my bitcoin to someone else without that someone else knowing my private key like how does bitcoin even know that it's sending from my wallet can i send bitcoin from somebody else's wallet and the reason that it knows is because of something called the private key your private key is what is used we have now übrigens a ziemlich geile artikel serie sind wir gerade am produzieren mit marcus er hat jetzt auch zwei hammer artikel ready zum thema was seine bitcoin wallet wirklich ziemlich tief technisch reingegangen und wie far war ich bitcoin sicher texte gehen bald raus und genau dann wird es so was wie wir ein etf handbuch haben wird es auch eine kleineres deutlich kleineres bitcoin handbuch geben now your public key which is what you use to pay or get paid for example here's mine case you're feeling generous so dann müssen wir den doch direkt mal scannen diesen qr code und dann können kann ich euch mal so ein bitcoin explorer zeigen aber dann können wir mal gucken wer da mal donated hat ja und solche dinge also das ist die wallet adresse die er hier gerade angezeigt hat und wenn ihr die hier eingibt seht ihr die wallet ist natürlich eine btc also bitcoin normale bitcoin das hier wird bitcoin cash adresse genau und hier sieht man was auf dieser wallet alles passiert ist also insgesamt hier 14 transaktionen haben hier stattgefunden auf dieser wallet total received 9 bitcoin total cent 9 bitcoin also fast derselbe betrag final balance also da ist nicht mehr sehr viel drauf 0,3 mal 0 1 also es ist ein bisschen was reingekommen ist wieder was gegangen okay das sind schon einige transaktionen haben hier stattgefunden also die erste transaktion kann man dann hier nachvollziehen das waren von ziemlich vielen wallet adressen wurde hier auf eine an drei wallet adressen geschickt also an die eine hier das war 1,1 bitcoin im jahr 2020 dann selben hier wieder jede menge adressen auf diese wallet hier von andre jake zwei stück erhalten also das hier sind meistens börsen transaktionen kann man sich auch angucken wenn da wenn da ganz viele bitcoin auf einmal verschickt werden das hier ist aber ziemlich erstaunlich dass da so viele sind 219 ach so es könnte natürlich sein dass er dass das hier eine coinbase adresse von ihm ist oder so also dass er quasi die gekauft hat und dann wird es in so einer großen transaktion sind auch hier 122 weitere inputs also inputs ist quasi der sender wenn du so willst und ein einziger output aber davon wird ihm sehr wahrscheinlich alles gehören das ist sehr wahrscheinlich eine wallet von coinbase oder oder sonst irgendwas von daher lässt sich da jetzt nicht so viel nachvollziehen ja also dass das aktuelle gut haben 0,3 mal 0 1 2 5 1 9 also bei der transaktion war die adresse nicht die empfängeradresse sondern die senderadresse okay also bei der hier bei dieser großen hier 300 bitcoin okay erst recht sorry erst recht das hier ist eine empfängeradresse also muss dann auf einer dieser ganzen hier sein also ihr wisst was ich meine also hier hier irgendwo ist es drin und wurde dann auf so eine fette wallet geschickt und diese wallet wenn wir uns die angucken ist ja wahrscheinlich eine coinbase wallet oder oder irgend sowas gucken wir uns mal einen zweiten block explorer nochmal an 14 results in total also hier hat er zwei bitcoins bekommen das war die erste transaktion im september 2020 dann nochmal 1,1 bitcoin im februar dann wurden 3,2 abgezogen ist ja wahrscheinlich die summe der beiden auf eine andere wallet kann man sich hier die transaction id angucken und sieht dann wo diese drei hingeschickt wurden ja also hier hat er empfangen also ihr seht man muss sich da so ein bisschen rein denken aber ja man kann die transaktion nachvollziehen man könnte jetzt also für jede hier abgebuchte transaktion gucken wo das hingegangen ist also 1,5 bitcoin wurden dann auf hier so eine große auf nur so eine gigantische wallet geschickt soweit sehen wir wir sehen nicht großartig was müsste man müsste man eine größere größere analyse fahren that's how you can send bitcoin to someone else without that someone else knowing your private key because if they did they would also have access to your output aka your wallet so a way easier way of thinking about this is kind of like signing a check remember doing that me neither but so Toshi designed bitcoin to work kind of like signing a check once you sign that check that's how people know that money came from you now you might be thinking yourself hold on if people can sign a check couldn't i just replicate their signature since that's public information the answer is no they can't because your unique signature comes with your unique transaction history for their new transaction the miners would reject that transaction because it would not line up with what they had on the public ledger that is the bitcoin network that's how bitcoin gives you unique access to your coins without giving other people the same exact access now let's talk about in plain old english how this actually helps bitcoin because there's two major ways the first major way this upgrade really helps bitcoin is because it's going to help us create smart contracts finally this is huge remember smart contracts lock your money in until certain conditions are met and when they're met it's going to unlock the money and then distribute it so ethereum is obviously really good at doing this but bitcoin not so much why is that one of the reasons is because of the ecdsa digital signature structure with this new schnor signature structure it allows us to condense and compress the multiple digital signatures and the multiple transactions under a single united one which allows the complexity of smart contracts to actually be able to be handled on bitcoin efficiently and cheaply and because it's united it's also less data that gets sent to the blockchain because there's less data in the blocks that's less money we have to bribe to the miners yeah genau das ist ja eines der größten vorteile das ist günstig also erst mal privacy erhöht und dann günstiger und smart contracts es geht voran krass das ist im bild kann kurs sich nicht so widerspiegelt aber kann ich gut nachvollziehen weil der hat ja eine ziemliche rally hingelegt und jetzt müssen jetzt muss man erst wieder ein bisschen programmiert werden ja jetzt ist wieder applikationen gebaut werden und den zyklus hat man auch gesehen 2017 hat es erst mal ist der ist der bitcoin durch die decke gegangen dann hat sich das erst mal beruhigt und dann hat man bis 2020 ende 2020 nichts mehr von bitcoin gehört gefühlt ja natürlich die in diesem universum drin sind haben natürlich alles mitbekommen aber dann kam das ding wieder hoch 2020 und der bitcoin hat sich ziemlich stark weiterentwickelt seitdem und genau so wird es jetzt auch sein vielleicht haben wir jetzt mal drei jahre ein bisschen ruhe was bitcoin angeht dann wird es wieder die nächste das neueste bitcoin halfing geben das heißt die der blog reward also das was die die miner fürs für das finden eines neuen bitcoin blocks bekommen wird sich noch mal halbieren und ja erfahrungsgemäß ist dann immer einiges passiert in diesen zeiten aber ja das muss ich so vorstellen wie wieso die internet struktur so die basis als erstes müssen mal anständige kabel gelegt werden ja sozusagen wo genug wo genug internet durch kann und dann werden die ganzen applikationen darauf gebaut und so manchmal ist es dann kommt es auch von der anderen seite ja das richtig geile applikationen gebaut werden wie zum beispiel so youtube wo super viele daten drüber müssen und das netzwerk hält es aber nicht aus dann muss das netzwerk geupgradet werden und genauso ist das mit bitcoin so als basis technologie auch und because these transactions are united it helps us improve the privacy which means you don't end up looking like dark side when you're trying to shuffle your transactions and be like nothing to see here totally normal transaction the other way that this upgrade helps is because it changes bitcoins scripting language which basically allows developers to upgrade the network easier in the future but who cares andre nobody got time for that how does it help me this is the second way that this upgrade really helps the bitcoin to the moon and this is arguably the best and the biggest way that people are talking about and that is the lightning network and perpetually and forever 18 months away from getting but it's arguably the most important feature that bitcoin can get and it's basically what will allow bitcoin to become a real currency that we can use for the rest of the world a currency that's cheap and fast to use that's because right now bitcoin can do about five transactions per second which is not nearly enough for the rest of the world remember when you used to walk into a bank and then your dollar would be able to claim a slice of gold me neither but life used to be like that though and so we created these pieces of paper to represent this gold because pieces of paper were a lot easier to transport and divide and store and it was just cheaper and faster to use so that's what we did and in the case of bitcoin the layer two implementation is called the lightning network and the way that it works is if i want to send money to you we would open up a channel together sort of like a text message window and then we would transact on this derivative money we machen das übrigens also wir haben ein euro lightning network zeit teilweise hier im büro eine person bezahlte mass essen oder sowas und dann schicken wir uns das hin und her über über n26 money beam oder wir merken es uns einfach und netten das aus mit mit dem nächsten der dann essen bezahlt ja so ungefähr funktioniert das das lightning netzwerk das heißt statt jeder einzelne transaktion ich schicke jetzt irgendjemanden hier im chat bitcoin oder was auch immer und der schickt dann jemand anderem und dieser andere schickt mir zum beispiel weil wir irgendwie gemeinsam so transaktionen gemacht haben ich bezahl der ersten person was person a und die person a bekommt also schickt der person b bitcoin oder was auch immer und erst am ende wird die netto position dann auf die blockchain eingetragen also wir schreiben uns quasi auf wie auf so ein bier deckel wieso der zwischenstand ist aber bezahlen nicht jedes bier mit mit unserer kartenzahlung sondern erst am ende den gesamtbetrag und dadurch reduziert die transaktionen also angenommen ich gerne bar trinke fünf bier da welche jedes bier einzeln bezahlen das wäre dann jeweils eine transaktion sondern ich mache einfach deckel auf und schreibe alles auf den deckel und am ende wenn ich gehe bezahle ich in einer einzigen transaktion alle fünf bier und so ein bisschen einfacher dargedrückt so funktioniert das lightning netzwerk und belastet halt weniger die blockchain hat diese diese dinge müssen dann halt nicht auf eine blockchain eingetragen werden actually real money but money that still represents some derivative form of money wouldn't that recreate the current fractional reserve banking system though hopefully not because hopefully those channels would be governed by smart contracts but that's a whole separate video but either way that's how we do it that's the solution and before we can do all this complexity on the lightning network we have to make the base layer layer one that is bitcoin be more efficient cheaper and be able to handle smart contracts in the first place so this upgrade goes live sometime in november and when it does here's what i think will happen to the price drumroll nothing will probably happen to the price i know it's a bummer and i want bitcoin to go to the moon as much as anyone else but the truth is this is more of an infrastructural upgrade and most people are just not nerdy enough like us to be watching these youtube videos to really even understand what any of it means das stimmt ja also es ist wie er richtigerweise sagt es ja das was ich eben meinte es ist wirklich so die basis die jetzt quasi gelegt wird und darauf kann gebaut werden deswegen sag ich der nächste schritt wird jetzt sein dass entwickler in die tasten hauen und und geile applikationen bauen geile anwendungsfälle bauen geile smart contracts bauen möglichkeiten schaffen easy und kostengünstig mit bitcoin zu bezahlen also das ist jetzt möglich dadurch dieses durch dieses massive upgrade und das heißt es wird jetzt noch ein bisschen dauern bis bis dieses upgrade sich dann halt tatsächlich in der echten welt widerspiegelt aber ich bin extrem optimistisch ja und ich liebe es auch mit solche mich mit solchen dingen auseinanderzusetzen ich kann mich voll in hier andre reinversetzen denn ja ich meine finance hat man irgendwann mal gelernt ja und jetzt gibt sowas neues kryptowährung was schön 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 nerdy ist und ich finde es macht mega spaß sich da reinzudenken ja ohne jetzt zu sagen du musst absolut dein geld rein investieren oder sowas sollen wirklich nur die leute machen die da lust drauf haben und das ganze auch verstehen ja denn ansonsten kriegt man kalte füße und springt eventuell ab because the truth is it's like working and improving the engine of a car yes you can improve it you have to put the engine back you have to fix the car and that takes some time so as the developers adopt this technology and use it to build out the lightning network which is what will drive adoption that's when the value will go up but that will take some time the thing that truly drives bitcoins price is a positive narrative a good story finde ich gut also mit dieser also el salvador hat es ja als offizielle währung anerkannt el salvador ist jetzt nicht das krasseste land sagen wir es mal so wo man jetzt sagen würde okay da werden sich jetzt ganz viele andere länder daran orientieren ist aber cool weil das heißt die sind jetzt damit konfrontiert aus bitcoin echte bezahlmöglichkeiten zu kreieren ja und zwar bezahlmöglichkeiten wo wo man nicht 40 euro pro transaktion bezahlt wie es ja aktuell der fall ist teilweise das wird auch wiederum die technologie vorantreiben und dann wird es vielleicht andere geben die das auch als währung adaptieren werden also sehr sehr cool und sehr sehr spannende dinge zu kommen und mit diesem positive narrative thing bin ich auch völlig einig dass das ist wichtig ist einfach auf die vorteile einzugehen und auf die technologischen möglichkeiten ja und auch vor allem sich intensiv mit kritik auseinanderzusetzen ich finde die die kritik an bitcoin als ja wie soll ich sagen als als energiefresser absolut gerechtfertigt und diese kritik muss man verstehen und dann daran arbeiten um sich mit dem thema besser auseinanderzusetzen a country and it becomes a national currency like with el salvador or elon decides to have a good day and tweet something nice that's really what drives bitcoins price in the short term seht ihr elon musk hat sich negativ über bitcoin geäußert und tomary verkauft seine tesla position so das hat er jetzt davon das hat elon jetzt davon so maybe we'll see a small spike but i don't see it being anything major eher aktien oder eher krypto beides also ich bin auf jeden fall aktien habe ich mehr invest deutlich mehr investiert aber auch bitcoin bin ich auch dabei ich hoffe dir hat dieses reaktionsformat gefallen jede woche schauen wir uns gemeinsam live auf twitch mit der community videos zum thema finanzen an einige highlights aus anderen videos findest du hier oder hier und wenn du die zukünftigen highlights aus unseren streams nicht verpassen willst dann solltest du auf jeden fall überfluss abonnieren danke fürs zuschauen und bis zum nächsten video